Bevor wir heute rein starten, in das Video eine kleine Information von meinem Partner Eneba. Da gibt es mir eigentlich aktuell eine Aktion, und zwar bis zum 21. Oktober um 12 Uhr. Und zwar gibt es ein Rabattcode, den ich euch gleich mitgebe, und zwar 9% nochmal obendrauf. Wie ihr zum Beispiel Bescheid wisst, gibt es natürlich auf die PSN-Karten beispielsweise richtig günstige Preise. 80 Euro PSN-Karte für 68 Euro, 40 Euro PSN-Karte für 34 oder zum Beispiel hier 150 Euro, 127 Euro. Und da könnt ihr nochmal exklusiv in Deutschland 9% sparen, Freunde. Wichtig ist, dass ihr einstellt, und zwar, dass das Ganze dann auch ein deutscher Code ist. Hier auf der Seite Region Deutschland dann auch einstellen. Dann wählt ihr das Ganze, nachdem ihr auf meinen Link gegangen seid, aus, was ihr wählen könnt. Ich habe im Beispiel jetzt hier mal die 100 Euro PSN-Karte als Beispiel genommen. Die es hier für 85 Euro gibt. Und dann habe ich den Rabattcode FIFAPSN für euch am Start, Freunde. Und wenn ihr den hier unten eingibt beim Kaufen, beim Rabattcode, bekommt ihr nochmal saftige 9% obendrauf. Das wollte ich auf jeden Fall euch wissen lassen. Das ganze Ding läuft mir eigentlich noch bis zum 21. Oktober. Bestellt also, wenn ihr Bock habt, zum Beispiel PSN-Karten. Wie gesagt, auf alles gibt es 9%. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt sehr, sehr gerne den Link in der Videobeschreibung. Dankeschön für euren Support, Freunde, und damit let's go und rein ins Video. Hi, Freunde, und herzlich willkommen. Hier war Hachi Gaming, Flo von dem Start. Heute mit dem neuen AFC Corner. Samstag ist kurz vor 19 Uhr und wir haben heute vor allen Dingen Team-Grundlagen-Content draußen. Unter anderem eine neue Evolution, auch bezogen auf die Team-Grundlagen. Und neue Team-Grundlagen, und zwar der Frauen-Bundesliga. Dazu neue Objectives, passend genau dazu. Neue Shop-Packs. Wir gucken uns alles an. Insofern würde ich sagen, let's go und rein ins Video. Ja, Freunde, bevor wir rein starten, wenn ihr generell rund um EAFC 25 nichts mehr verpassen wollt, dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Täglich mindestens immer ein Video für euch hier auf dem Channel am Start. Wenn ihr mal ein Tag hier aber unterstützen wollt, dann nehmt euch gerne kurz die 1 Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, 222 Likes. Ich gebe heute mal wieder das Likes hier raus. Gerne kostenlos unten die Glocke aktivieren und auch mal gerne eure Meinung zum heutigen EAFC-Content von EA reinschreiben in die Kommentare. Ich gebe euch jetzt meine Meinung mit, bin sehr gespannt auf eure Meinung und dann können wir gemeinsam alles in die Kommentare diskutieren als Community. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, Freunde, und damit starten wir rein in den Daily-Content und heute Team-Grundlagen. Tabea Sellner ist die SBC und da gucken wir direkt mal rein. 28 Tage läuft sie schon mal, also lange genug, 85er Rating. Und da haben wir dann eine relativ ausgeglichene RM-Karte. Drei Segmente, das macht mir tatsächlich aber gerade ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr Angst. Wir müssen gleich mal gucken, ob es schon ein Preis da ist. Es ist natürlich kurz nach 19 Uhr, aber ich habe die Hoffnung nicht verloren. Wir gucken direkt mal rein. Komm, interessiert mich jetzt. Okay, okay, okay. 81er, 81er, 82er. Okay, wir können wieder die Angst direkt schon mal ein bisschen runternehmen. 82er Easy und 281 Greatest Squats. Wir brauchen kein Team-Rotor-Week, es wird günstig. Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe alle drei Squats auf dem SBC-Speicher direkt ready. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Also insofern, Easy-SBC, sehr gut gepriced. Die Frage ist natürlich auch hier wieder, wer braucht diese Karte? Aber da diskutieren wir heute gemeinsam noch drüber, vor allen Dingen in Bezug auf die neue Evolution. Kommen wir gleich zu, Freunde. Jetzt aber erstmal zur Karte. Was bringt sie mit? Er bringt, oh, sie bringt erstmal 4-Star-4-Star mit. Sehr nice. Das Upgrade gucken wir uns natürlich auch gleich über Fuji-G an. Dann haben wir RM, rechter Flügel und Stürmer. Klar, okay. Wir haben theoretisch, wir haben gestern Pop-Jahr zwei, drei Mal gezogen im Hauptvideo, Freunde, beim Pack-Opening in Bezug auf Total Rush. Wir hätten da theoretisch den Perfect League am Start. Also Tempo bringt sie mit, 85 Spielsteuerung, 84 Sprint-Tempo. Schuss ist in Ordnung, Passspiel ist in Ordnung, Dribbling. Das sieht alles in Ordnung aus. 99er Kopfball-Präzision. Wie groß ist sie? 1,70, okay. Ja. Powerschuss als Playstyle-Plus, Zug an Playstyle-Plus immerhin am Start. Hat interessanterweise Antizipation für die Position sehr interessant, wie ich finde. Und dann aber Rollen. Flügelmittel, aha, Innensturm und falsche 9 als Rolle-Plus. Ganz ehrlich? Teilweise eine weirde Karte, aber weird gute Karte. Also aus mehrlei Hinsicht finde ich jetzt eigentlich gar nichts falsch gemacht von Yay. Wir haben einen Monat Zeit, diese SBC zu machen. Innerhalb eines Monats würde ich sagen, einfach mal mitnehmen. Was wir dann daraus machen, benutzen wir sie vielleicht nur als Objective-Spielerin, wenn wir mal zum Beispiel eben dann Deutsche aus der Frauen-Bundesliga brauchen, was ich immer sehr gerne dann mache, und kombiniere das dann mit den Objectives. Ja, aber grundsätzlich keine schlechte SBC. Aber klar, Freunde, wenn ihr bei euch mal auf den Hauptaccount guckt und euch anschaut, wie euer Team aussieht, dann würden sie jetzt nicht auf eurer rechten Seite auf einmal, keine Ahnung, 15 Weekend League Games machen. Da müssen wir auch ganz, ganz klar ehrlich sein. Also insofern hier ein kleines Futter-Ding. Klar, könnt ihr auch theoretisch als Futter nehmen. Tabea Selner da. Teamgrundlagen, wie gesagt, heute die Thematik schlechthin. Und apropos Thematik, Freunde, wir haben morgen, weil ich die Frage so häufig bekomme, auch eben schon wieder zwei, dreimal im Twitch-Chat. Freunde, morgen wird es so weit sein, dass wir die Bronze Pack to Glory wieder starten. Ich wurde so häufig gefragt, Freunde, wann geht es denn da wieder los, Flo? Sag doch mal Bescheid. Und ich habe jetzt die letzten Tage schon viele Kommentare beantwortet bei YouTube, als auch im Twitch-Chat häufig Bescheid gesagt. Also morgen Mittag, könnt ihr euch schon mal notieren und ausschreiben, wird es losgehen mit der Bronze Pack to Glory, mit der Serie, ich weiß gar nicht, wann wir sie gestanden haben, ist schon so lange her, es wird wieder losgehen morgen Sonntags. Und dann ist zumindest der Plan, dass wir Sonntags dann, ich weiß nicht, ob alle zwei Wochen oder jede Woche das dann bringen, aber das ist auf jeden Fall dann die Idee. Morgen Episode 1, es geht los, Freunde, ich freue mich sehr drauf. So, jetzt aber weiter wieder zu den Teamgrundlagen. Und da haben wir den Meilstein wieder was Neues. Ihr wisst, wie das Ganze lief, was wieder hier am Start ist. Und da eben jetzt neue Teamgrundlagen Google Pixel Frauen Bundesliga. 28 Tage, auch hier natürlich Zeit, da geht es bereits in Squad Battles, fünf Tore vor oder auch in Rivals. Dann haben wir hier Squad Battles Rivals, erziele zehn Tore mit Google Pixel Frauen Bundesliga Profis. Dann aber zehn Spiele für Würz, das erkläre ich euch gleich noch, Spiele, zehn Partien und zwar in Rivals oder auch Squad Battles und stellt dabei mindestens zwei Google Pixel Frauen Bundesliga Spieler in die Startelf und dann sechs Siege ebenfalls mit mindestens zwei Google Pixel Frauen Bundesliga Profis in der Startelf. Wir bekommen hier ein 75-3er Pack, wir bekommen hier Würz, dann bekommen wir hier ein 75-2er Pack, ein 75-Plus Pack und der Gruppenreward nochmal eine Spielerin mit Kögel. Also, was finde ich jetzt hier sehr, sehr nice und zwar, dass ihr immer wieder mitgedacht habt. Wir haben hier Würz, die Schwester von Flo Würz und Flo Würz, wie ihr ja wisst, ist seit gestern auch in Packs. Das heißt, wir können hier jetzt während dieser Rush-Promo, wo auch Flo Würz am Start ist, seine Schwester hier ergrinden und craften und da, ich habe es eben schon am Twitcher gesagt, hat EA endlich mal die Synapsen im Kopf zusammengekriegt, ich sage es jetzt mal so dramatisierend und wirklich mal eine Art von Sinnhaftigkeit ins Game gebracht. Ich habe den Eindruck, dass EA teilweise, ob es jetzt SBC-Content ist, Objective-Content, manchmal haben wir hier wirklich, wo wir hier sitzen und EA dann auch mal loben, Freunde, das sieht wirklich dann nach einer Sache aus, wo sie sich einfach mal Gedanken gemacht haben. Ja, ist was ganz Kleines, ist was ganz Banales vielleicht, aber sowas feiere ich dann schon direkt, dass wir hier jetzt Würz in den Objectives haben und wie gesagt, den Bruder Flo Würz in den Packs. Ja, also beide jetzt aktuell zu holen und wie gesagt, neue Teamgrundlagen, neue Teamgrundlagen der Frauen hier jetzt eben in den Meilensteinen am Start. Weiteres zum Graften und Criden in Bezug auf Packs, aber wie gesagt, Teamgrundlagen auch und ihr seht alle aus Deutschland, das heißt, wir können die auch dann wunderbar miteinander linken. Ich liebe halt, sowas dann immer ready zu machen, kombinieren mit irgendwelchen Seasonal-Aufgaben, mit den Wochenaufgaben oder so weiter oder hier zum Beispiel Welttour Spanien, das ein oder andere dann zu kombinieren. Das mag ich halt, parallel vielleicht ein bisschen Squad-Pattles grinden, um da dann wieder Rewards zu holen und so weiter und so fort. Ja, aber ganz ehrlich, je nachdem, wie euer Team aussieht, braucht ihr halt das einfach nicht für euren Main-Squad. Jetzt wird aber interessant in Bezug auf Teamgrundlagen und das ist wahrscheinlich die Aufgabe schlechthin heute oder der neue Top-Content und das ist die Evolution, Freunde. Nicht irgendeine Evolution, die da heute um die Ecke kommt, sondern tatsächlich eine spezifische Evolution, die eben genau auf die Grundlagen oder auf die Team-Grundlagen zugestanden ist. Da heißt es nämlich neue Grundlage, so heißt die neue Evolution und da heißt es entfessle das verborgende Potenzial deines Team-Grundlagen-Items. Ein grundlegender Boost und zwei neue Playstyles machen den Unterschied auf dem Rasen aus. Also da haben wir jetzt als Beispiel Sosa einmal konkret am Start. Ihr seht das jeweilige Upgrade von 85 auf 86. Wir sehen aber auch hier und zwar Seltenheit, Teamgrundlagen, klar, ist offensichtlich und maximal sieben Playstyles ist die Voraussetzung. Wir haben zwei Wochen Zeit, uns zu überlegen, wen wir da reinpacken und insgesamt 28 Tage auch wieder Zeit, diese Evo jeweils zu machen. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wen können wir da vielleicht nehmen auch, zum Beispiel der 84er-Grade-Spieler, ich habe jetzt hier vier auf der Rotor Glory schon freigeschaltet, vielleicht auch SBC-Spieler, je nachdem, was ihr freigeschaltet habt und Franzi würde dann auf eine 86 zum Beispiel hochgehen, ja. Und das ist dann relativ nice, denn wir gucken uns mal gerade die Upgrades konkret an. Bei Level 1 bekommen wir hier im Beispiel auch, ja, 86er Sanaa-Edin, plus zwei Upgrades, das sind plus eins auf Schuss, plus eins auf Dribbling, zwei Physis für Spiele, zwei Partien, Achtung, beliebiger Modus, allein das schon Win und Gewinne eine Partie, auch hier beliebiger Modus, das heißt, es geht, es gehen alle Modi, es gehen alles, es geht Champs, Rivals, whatever, ist komplett egal, Hauptsache mit dem aktiven Evo. Level 2 haben wir Rush, Squad Battles und Rivals, schade, dass kein Champs-Fieler mit dabei ist und Gewinne zwei Partien für zwei Tempo, zwei Passspiele, zwei Defensive, dann ein Spezialbewegungs-Upgrade, mega nice und dann haben wir Playstyle-Ruhepol und dann dritte, last but not least, alle guten Dicke sind drei, plus zwei Tempo, nochmal zwei Def, ein Schadenfuß-Upgrade und Playstyle unerbittlich. Also Freunde, jetzt mal ohne Witz, das ist für mich eine Evolution, wo ich sage, auch hier, wir haben gerade über Sinnhaftigkeit gesprochen, das ergibt einfach Sinn. Wir haben dann hier eine 4-Star-4-Star-Karte mit Franzi, perfekt, ja, oder wir nehmen jetzt, keine Ahnung, wir nehmen mal hier diese Spanierin, zack, dann haben wir auch hier, also es macht einfach Sinn, es macht einfach Sinn. So haben wir auch eine weitere Sinnhaftigkeit bei den Team-Grundlagen am Start, das sind nicht eben nur diese typischen Team-Grundlagen, sondern wir können sie jetzt hier weiter upgraden. Wenn ich dann im weiteren Verlauf darüber nachdenke, dass wir diese Team-Grundlagen dann vielleicht über 90er-Rating mit Evos ziehen können, dann sage ich, okay, die haben auch eine mehr, ja, ich sage mal so, die haben eine längere Haltbarkeit im Game, ja. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt reflektieren, wie es letztes die AFC war, man hat die Team-Grundlagen dann ready gemacht für Pack-Rewards etc. pp., aber wann waren sie wirklich effektiv mal sozusagen nutzbar? Wann brauchten wir sie wirklich? Und jetzt haben wir zumindest mal eine Evolution draußen, wo wir sie weiter upgraden können und wenn da jetzt regelmäßig, ich sage jetzt mal, alle vier Wochen eine Evolution rauskommt, wo wir sagen, jetzt können wir sie auf 86 hochziehen, dann auf 88 und dann vielleicht sogar auf 90 irgendwann, ich glaube, da hätten wir alle nichts gegen und dann würden wir auch sagen, okay, ich gehe vielleicht mal rein in die SBC, weil die kann ich dann jetzt in die Evo reinpacken usw. und dann können wir am Ende des Tages sagen, okay, hier ist eine Sinnhaftigkeit irgendwo hinter. Also, das ist eine Evolution, wo ich mich auf jeden Fall nicht mitgerechnet habe, so konkret, das muss ich ehrlich ganz klar so sagen und deshalb finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Gucken wir uns gleich nochmal on-Detail an. Jetzt heißt es erstmal, wie sieht es aus mit Shop-Packs? Haben wir da was Neues am Start? Ja, es sind einige Packs. Achtung, fertig, Rush-Pack. Ich würde euch empfehlen, hier diese, ja, ganz teuren Dinger nicht zu öffnen. Wir gehen mal gerade auf klassische Packs. Okay, das läuft noch. Packs für dich. 10 Münz-Pack hatten wir gestern. Da ist leider auch nichts am Start. Okay, das heißt, Preview-Pack machen wir vielleicht nachher noch auf. Jetzt aber erstmal der Blick und das würde ich sagen, kurz zu den SBCs und dann zu der generellen neuen Evolution, weil die finde ich tatsächlich sehr interessant und da können wir doch nochmal genauer hinschauen. So, also hier haben wir es jetzt am Start. Guckt euch das an. Wir sagen mal 10k. Die SBC, wirklich 13k steht jetzt hier dran. Die SBC ist günstig und ich glaube, da können wir nicht meckern. Ja, also ganz ehrlich, wo ich gesehen habe, 3 Segmente. Ich hätte niemals gedacht, dass es 2 81er Great Squads sind und 82er Great Squads. Schreibt mir gerne mal eure Meinung rein, wo ihr gesehen habt, dass es 3 Segmente. Hättet ihr gedacht, dass es die 2 oder 3 Squads sind oder 2 81er und 82er? Also ich definitiv nicht. So, wenn wir uns das Upgrade mal anschauen. Dann kommt sie von der 82 hoch. Non-Ref Hall gewesen. 4 Pace, 4 Dribbling und Freunde, ich habe es euch gestern schon wieder gesagt. Wir gucken da jetzt immer drauf. Der Balance State. Ich weiß nicht, was EA mit dem Balance State hat, aber der wird immer und immer wieder gepusht. Und hier jetzt ein Plus 10 auf Balance. Ist mal sowas von big. 4 schießen, 5 passen und hier bei 22 Dev 40 Heading Accuracy. Sie hatte vorher einfach 59 und das auf 99 jetzt so gezogen. Ohne Witz, Freunde. Das liebe ich. Das ist doch einfach nice. Dafür liebe ich EA. 5 passen, 9 Physis. Ganz ehrlich, das ist jetzt mal wieder eine spielbare Karte, die hier gemacht worden ist. Und Playstyle Plus hatte sie vorher auch nicht mit Power Shot. Was hatte sie denn vorher? Gar kein Power Shot, aber auch schon Antizipation. Stürmer, RM, rechter Flügel. Das ist alles neu und 3 Sterne, 4 Sterne, auch 4 Sterne, 4 Sterne gebustet. Nicht schlecht. Also ich glaube, EA hat ja alles richtig gemacht. Sorry, aber für 10.000 Münzen so eine Karte zu droppen, da kennen wir EA ja auch anders. Da kennt wir EA ja auch anders, Freunde. EA hätte an den Tagen auch so eine SPC aber für 50k rausgehauen. Da hätten wir alle hier gesessen und jetzt gesagt, okay EA, was ist da denn los? Gut, wie gesagt, die Frage immer, braucht man so eine Karte, ja oder nein, ist eine andere. Aber wie gesagt, das Ding jetzt einfach von oben betrachtet. Wir gucken uns an, was geben wir ab, was bekommen wir zurück. Ich finde meine Meinung, lasst mich gerne eure Meinung wissen, wir können da nicht meckern, finde ich. Wir können da nicht meckern. Dann die neue Evolution. Schauen wir da nochmal rein. Da passen aktuell 21 Spieler rein und da würde ich euch wärmstens empfehlen. Ganz wichtiger Punkt, habe ich eben noch gar nicht zu gesagt, Freunde. Das Ding läuft zwei Wochen. Ich weiß, ihr wollt jetzt direkt einen Spieler nehmen und den vielleicht reinknallen in diese Objective-Geschichte. Ich mache es aber immer sehr, sehr gerne so in die Evo-Geschichte, dass ich einen Tag, zwei Tage bevor diese Evolution abläuft, also diese 14 Tage, ja. Dann erst reingehe und einaktiviere von den Profis, denn, und da kommen wir zum nächsten Punkt, danach, das ganze Ding läuft ja 28 Tage, habt ihr immer noch zwei Wochen Zeit, sozusagen diese Evolution fertig zu machen. Okay, das heißt, ich würde tatsächlich euch jetzt empfehlen, vielleicht das als kleinen Tipp von meiner Seite aus, dass ihr noch wartet, hey, wer kommt denn da vielleicht als Evolution noch raus und bis zum Beispiel als Quad Foundation als erstes, den ich da in die Evolution reinpacken kann, so rum, ja. Und dann halt überlegen, okay, vielleicht gehe ich jetzt noch nicht all in. 21 passen rein und das sind Salmon, Watt, Navarro, Navarro habt ihr vielleicht gemacht, auch eine SBC am Start, dann haben wir Sosa, wie gesagt, haben wir uns eben als Beispiel angeschaut, Dasari, Berquiz, Joan passt rein, Franzi, Salah, dann haben wir Fisk, Müller, Kögel, Würz, die wir jetzt heute neu rausgekommen sind, Gabri Vega, Reboccio, Ausnis, Muis, Klassi, Quaresma und dann haben wir Maitana draußen. Also, ihr seht, ein paar passen rein, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon alle sind, gerade so von der Idee her, äh, ich glaube nicht, ich glaube nicht alle, aber wie gesagt, die Voraussetzungen haben wir uns eben angeschaut und da würde ich jetzt euch wärmstens empfehlen, so werde ich es auf jeden Fall machen, wartet ab, wer da vielleicht noch als Quad Foundation kommt, weil wenn ihr die Aufgabe jetzt macht oder euch für einen entscheidet und ich sage jetzt mal ein Beispiel, nächste Woche kommt eine richtig geile Squad Foundation raus, die reinpasst in diese Evolution, die hätte ich gerne gemacht. Und dann könnt ihr es nicht mehr machen, Freunde, dann regt euch auf. Also insofern vielleicht jetzt nichts Überhasstes machen in diese Richtung, aber ich glaube, wir können feststellen, wir sehen es hier nochmal wunderbar, ein Skillmove und Weakfoot Upgrade, Freunde. Mega, mega, sehr, 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 sehr geil, auch die 4 Star, 4 Star eine Karte zu machen, gerade speziell offensiv, Leute, das zu machen, ist natürlich auf jeden Fall nice. Ja, und dann halt, wie gesagt, die richtige Karte auswählen. Wir haben hier mit Salmon 90 Pace, 91 Pace bei Amazon, 90 Pace bei Watt. Also auf jeden Fall, ich würde die Pacey-Karte hier bevorzugen. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt hier Classy mal als Beispiel nehmen, ob der wirklich, ob das passt zur Evolution, ob zur Position. Also ich meine, ja, wir machen ihn auch roundermäßig am Start, aber ich glaube, ich würde aktuell wahrscheinlich auf diese Evolution offensiv, obwohl es sieht auch okay aus. Aber wenn ihr mich jetzt direkt fragt, Freunde, kurz nach 19 Uhr, ich würde wahrscheinlich jetzt eine offensive Evolution-Karte hier bevorzugen, beziehungsweise Squad Foundation-Karte. Also, das sage ich euch ganz ehrlich, also 86er-Grade-Karten, wen nehmt ihr? Schreibt das gerne mal schon mal rein in die Kommentare, wen macht ihr hier auf die 4 Star, 4 Star? Auch hier wieder, ich kann nicht meckern bei dieser neuen Evolution und gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Wir halten also fest, neue SBCs, neues in den Objectives und absolut neue Objectives haben wir noch gar nicht angeschaut, Squad Foundation-Bonus haben wir mich auch noch am Start, Freunde. Da nehme ich euch gerade nochmal mit, und zwar bei den Zielen. So, da gucken wir mich jetzt gemeinsam noch rein, und zwar Ziele, Squad Foundation, wurde es auch gar nicht angezeigt, die Bonus-Geschichte. Squad Foundation, Team-Grundlage in Bonus, hier haben wir es sehr genau darunter. Also, auch das 28 Tage, und wie der Name schon sagt, hier können wir uns ein paar Boni-Sachen erspielen. Ja, also stelle mit der TG Evo deine ultimative Team-Grundlagen-Mannschaft zusammen, um deiner gewählten TG, also Team-Grundlagen, TG steht für Team-Grundlagen-Mannschaft, einen 4. Profi deiner Wahl hinzuzufügen. Alle Boni sind untradeable. Okay, das heißt, verbuche jetzt zwei sehr breite Partien in Squad-Battles oder in Rivals, ein Tor oder eine Vorlage, und stelle bei mindestens 4 Team-Grundlagen-Spielern in die Startelf, für ein 75x2-Pack, 78x-Plus-Pack für breite Squad-Battles-Sachen, 4 Tore mit einem Profi mit mindestens 80 Dribbling vor, und stelle dabei mindestens 4 Team-Grundlagen-Profis in die Startelf. Das Ganze dann hier mit erzielten 3 Toren mit angestellten Schuss, auch hier wieder Squad-Battles oder Rivals, für ein 80x-Plus-Player-Pick, hier ein 78x-Plus-Pack Einzel-Pack, und ein 81x3er für gewinne 4 Partien in Squad-Battles, Rivals, und auch hier, also das braucht dann mindestens 4 Team-Grundlagen. Ob ihr das jetzt hier durch die Objectives euch e-grindet, die Team-Grundlagen-Spieler, oder durch SPCs, ihr habt es gesehen, bei mir auf der Road to Glory sind jetzt in dem Beispiel gerade 4, die würden jetzt reichen, die müsst ihr einfach in ein Team reinknallen, und dann ist das ganze Ding durch. 82x3er-Pack gibt es noch oben drauf, und wie gesagt, auch hier 28-Tage-Zeit. Also, das ist ein bisschen komisch erklärt, stelle mit der TGEvo deine ultimative Team-Grundlagen-Mannschaft zusammen. Wie gesagt, ja, sie ist auf jeden Fall da, die Team-Grundlagen-Geschichte, und das ist quasi die Bonus-Aufgabe dazu. Alles in allem, Packs, Team-Grundlagen, Evo, das ist der Samstag-Content. Zu wenig? Für heute? Ich weiß es nicht. In der Ruhe liegt, also, weiß ich nicht, die Ruhe vor dem Sturm, vielleicht kommt morgen ordentlich was Schneißes, das ist vielleicht die andere Frage, aber auf der anderen Seite, ja, es ist halt jetzt kein Mini-Race draußen, es ist nur der Team-Grundlagen-Content. Es ist, wie es ist, Freunde, es ist, wie es ist. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, und dann gucken wir uns gemeinsam wieder den 19 Uhr-Content an. Was wird rauskommen? Ist es top? Ist es flop? Wir werden es gemeinsam diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne Liebe da, und dann sehen wir uns gerne morgen wieder. Schaltet ein, euer Flo von Archie Gaming, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.